Kinder im Mittelalter. Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Bartholomeus Anglicus schreibt in seiner Enzyklopädie, kurz vor 1250 erschienen, über kleine Kinder folgendes. Kleine Kinder haben häufig ein schlechtes Benehmen. Sie leben nur für den Augenblick und verschwenden keinen Gedanken an die Zukunft. Sie lieben Spiele und sinnlosen Zeitvertreib und weigern sich, sich mit einträglichen und nützlichen Dingen zu beschäftigen. Unwichtiges sehen sie als wichtig an und umgekehrt schätzen sie Wichtiges gering oder gar nicht. Sie wollen Dinge haben, die ihnen schaden könnten und lieben Bilder mehr, als Erwachsene dies tun. Der Verlust eines Apfels oder eine Birne hat mehr Tränen und Klagen zur Folge als der Verlust eines Erbteils. Erwiesene Wohltaten pflegen sie zu vergessen. Sie wollen alles besitzen, was sie sehen und versuchen es mit den Händen und mit Geschrei zu erlangen. Bald weinen sie, bald sind sie fröhlich. Fortwärts schreien, kichern und lachen sie. Kaum, dass sie einmal ruhig sind, wenn sie schlafen oder träumen. Kaum gewaschen, sind sie schon wieder schmutzig und gegen Waschen und Kämmen wehren sie sich nach Leibeskräften. Kaum, dass sie nicht mehr schlafen. Kaum, dass sie nicht mehr schlafen, wenn sie sich entecken, wenn sie sich anschauen.